Hallo, ich heiße Marc Müller und ich bin der IT-Manager der Enterprise AG. Seit der Europäische Gerichtshof bestätigt hat, dass der Handel mit gebrauchter Software rechtens ist, statten wir unsere Mitarbeiter mit rechtskonformen Gebrauchtlizenzen aus und sparen so bis zu 70% der Lizenzkosten. Geld, welches wir jetzt für wichtige Investitionsvorhaben einsetzen können. Damit wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können und uns nicht mit Lizenzfragen beschäftigen müssen, haben wir einen Anbieter von Gebrauchtsoftware ausgewählt, bei dem wir rechtlich immer auf der sicheren Seite sind. Dieser Partner ist Relicense. Seit 2008 spezialisiert auf den Lizenztransfer zwischen Unternehmen, bedient Relicense heute Kunden in ganz Europa. Relicense berät kompetent zu Lizenzen und lizenzrechtlichen Fragen. Relicense setzt konsequent alle rechtlichen Vorgaben um. Und Relicense informiert den Hersteller über jeden einzelnen Lizenztransfer. Relicense – Empowering Your Software Assets